Mit ihren wimmelnden Armen wirkt sie ruhelos und ein bisschen gespenstisch. Um an Nahrung zu gelangen, errichtet sie eine dichte Barriere und ist in ständiger Bewegung. An ihren Zweigen sitzen Haken, mit denen sie kleinere Organismen fängt. Bricht einer ab, wächst er wieder nach. Dieses vermeintliche Monster ist ein sogenannter Korb-Seestern.